Well, Madam, it took some time for us to appear in front of this television microphone for the Munich in town tonight, the Arbenchau. And we're all the happier to have you. Thank you for coming. I thank you very much and I'm all happy to be here with you also. That's very kind. Also, Frau Kallas sagt, auch sie freut sich, heute Abend hier mit uns im Hotel vier Jahreszeiten zu sitzen und zu sprechen, denn es hat immerhin einige Zeit gedauert, bis dieses Interview zustande kam. Und gerade darüber liegt es, Frau Kallas sehr am Herzen mit uns zu sprechen. I was saying that you're very keen on telling us about this TV interview and why we are doing it today instead of yesterday. Well, I will tell you right now, there are two particular reasons. The first one, of course, is because it is a way of thanking the German public all throughout this tourney that I've had in Hamburg so far, in Stuttgart and in Munich, this enormous love, respect, and I have no words to thank and to be grateful to this public for having shown so much humanity. Well, you're terribly kind. May I just translate that? I wish you would. Because otherwise I'll forget it all. You can also translate that there are no words really that you can express it. Yes, I will certainly do that. Also Frau Kallas sagte, sie ist es, die sich über dieses Interview freut, weil es ihr die einzige Möglichkeit bietet, einem großen Kreis von Zuschauern zu sagen, wie glücklich sie auf ihrer Tournee in Deutschland, in Hamburg, in Stuttgart und jetzt in München gewesen ist, wie sie sich gefreut hat über die Liebe und über den Respekt, wie sie sich wortwörtlich ausgedrückt hat, die ja überall bei ihrem Auftreten zuteil wurde. Und sie sagte zuletzt, sie hätte wirklich keine Worte, sie fände keine Worte für die Freundlichkeit, mit der sie empfangen wurde. Keine Worte, no words, you found no words. Words are not good in certain occasions. That's quite true. Worte sind unter bestimmten Voraussetzungen nicht gut, meint Frau Kallas. Secondly also, because there, I'm afraid there was a misunderstanding. Misunderstanding probably somebody had promised, hoping all the best, or who knows, it's better not to know in such situations. I don't think also it is such a scandalous thing also, because it was said also on the newspapers, or one at least, that I had missed an appointment with you on the television the day of my arrival. I had not promised, because usually when I do promise, I do my best to maintain. I don't give television interviews as soon as I arrive. Yes. So it is not my habit. It was a misunderstanding, and it was not true. Yeah. May I translate that? I wish you would. Thank you. Zweitens, sagt Frau Kallas, dass im Zusammenhang mit dem Interview, das für gestern oder vorgestern geplant war, ein Missverständnis geherrscht hätte, das von den Zeitungen oder zumindest von einer Zeitung ziemlich breit gebracht worden wäre. Sie hätte nie versprochen, ein Fernsehinterview zu geben, denn es wäre ihr Prinzip niemals sofort nach ihrem Eintreffen an einem Ort, ein Interview vor der Kamera zu geben, weil sie erst gerne ihre Gedanken sammeln möchte. Und damit werde ich jetzt Frau Kallas etwas vorschlagen. I am going to make a little proposal to you now, if I may. Nämlich, dass wir diese ganze Geschichte vergessen und uns jetzt unsererseits freuen und keine Worte finden, dass wir sie hier haben. I was saying, I am suggesting now, let's forget about all that and let me say on behalf of all our viewers that we find no words, just as you found no words, to say how happy we are to have you here. It's really very nice. I thank you. Because we know about your fame as a very, very great artist indeed. Wir wissen über ihren Ruhm als eine ganz, ganz große Künstlerin. And if you are not too tired und wenn Sie nicht zu müde sind, and if you will put up with me a little bit longer, und wenn Sie noch ein bisschen länger mit mir aushalten wollen, würde ich Sie nur gerne eines fragen, nach dem Zauber Ihrer Stimme. I would like to ask you about the marvel of your voice, because really with your voice you are covering three parts of the soprano, aren't you? Well, I don't think I'm doing anything special, because you see, once upon a time, in the epoch of the Bel Canto, which are precisely the pieces I sing, for instance, the last Pirata, the last piece of the concert, is the greatest tradition of Bel Canto, which I, by the way, I was amazed that the Germans understood so fully the real sense of Bel Canto. There was only a soprano and that's all. Today there is a mania of, there is a mania of saying, for instance, a lyric soprano, coloratoro soprano, a dramatic soprano, a lyrico spinto, that did not exist once, because a soprano is a soprano like a tenor and that's all. So, it was once upon a time that way. You can translate them and go ahead. Ja, also Frau Callas hat über die verschiedenen Lagen des Soprans gesprochen. Früher hätte man diese verschiedenen Lagen nicht auseinandergehalten, aber heute täte man es. Und dabei sprach sie auch von Bel Canto und sie war so erstaunt, dass man in Deutschland den Bel Canto so liebt und so gut versteht. Nur noch eine letzte Frage, a last question, if I may. A friend of yours this morning, just while we were talking, said, sa, la signora Callas e una persona qui ha intorno a se, un gran trenito, un grande fascino. Do you understand that? A friend, eine Freundin oder eine Bekannte von Frau Callas sagte, sie wäre eine Künstlerin, die immer um sich herum einen gewaltigen Zauber, eine gewaltige Faszination hat. Did you know that? I want to say one more thing also to the German public that understands so much and sees right through the person as you did really in these past days. You saw through me and I can't say everyone saw through me because I don't speak a lot. Maybe I'm like the Germans, like the British or like the Greeks. They don't express their feelings even if they suffer. We learn to hide our feelings and to keep our own troubles to ourselves. That is the main thing. That is highly misunderstood though. because I suppose you must cry on people's shoulders and you know do all that nonsense. No, it does translate that. Thank you. And then there's one more thing. I can't say I don't understand what people find in me because I cannot see myself. I cannot hear myself which is the most unfortunate thing also or maybe it's fortunate because then maybe I would be self-conscious and it wouldn't be natural anymore and I wouldn't be able to create because I don't know what I do but I feel what I must do. Ja, aber Frau Kallers sagt eben, das Tragische im menschlichen Leben ist, dass man sich nicht selber sehen kann und vor allem, dass man sich nicht selbst hören kann, was sie in ihrem Fall als Sängerin natürlich besonders bedauert, obwohl sie meint, dass es andersrum vielleicht auch gerade wieder gut wäre, weil man sonst nur eingebildet würde. Also, I suppose I am considered a very brave, a very brassy person and it's the contrary. I'm timid and I don't understand all the things that happen around me, why I have reached this stage and the enormous responsibility, the good, wonderful things and the real bad things also that come with this great career. Well, I don't want to raise a word of this. May I translate it again? Ich möchte kein Wort von dem verlieren, denn Frau Kallers sagte gerade, die Menschen glaubten, dass sie sehr mutig und, sagen wir, forsch wäre, aber das Gegenteil wäre der Fall, sie wäre eigentlich schüchtern und sie verstünde es selber gar nicht, warum sie diese Höhe des Ruhms überhaupt erklimmen konnte. Es ist nicht easy zu leben durch es. Es ist nicht easy zu leben durch es als eine Person du sollst sein. Ich will nicht sagen, eine Lady, denn das ist schüchtern, aber eine Frau. Du bist nicht eine Frau, du bist nicht eine Frau, in der Sinne einer Frau, mit einer bestimmten respectability. Und also, du musst eine calmness, das ist, ich kann Ihnen, nicht easy zu machen. Ja. Mit lots of people, lots of interests, lots of Characters, lots of I can readily see that Frau Kallers meint, es wäre für eine Frau gar nicht leicht durch alle diese Dinge sich hindurchzuleben. Sie will nicht sagen, für eine Lady, aber jedenfalls für eine Frau, denn die Ansprüche, die an sie gestellt würden im Zusammenhang mit ihrer Arbeit sind eben sehr hoch. Und da wir gerade von Ansprüchen sprechen, glaube ich, wollen wir sie jetzt wieder in Ruhe lassen und ihr die Möglichkeit geben, sich in ihrem Zimmer etwas zu sammeln für die nächsten Aufgaben, die vor ihr liegen. I was saying, we don't want to tax you any more. I'd like to go through with this just because really the German public must have this explanation. I can only say one thing, I try to save all my energies, my thoughts and my best feelings for music that is so great that no human being could really understand it fully, no matter how much one gives himself to it. So with all this people grabbing, I don't speak about the good people don't ever bother you but the usual people that want a bit of everything you have even of the glory that you have they try to grab everything from you I try to avoid every bit of energy energy and to save every bit of energy only for this purpose that I was born with to dedicate myself to this enormous thing that is called art and forgive my saying so to my family which is my husband and try to have peace of mind and health and that's all I can say that is the main thing that I translate it all the same in German Frau Callas said that she her whole energy and great thing that she has written in music and that she her energy is really important on music life and her family and her man and having said that just let me end by saying one thing it's been my very great fortune to interview many famous people before and when I meet a real personality I know it I thank you I want to thank you all with all my heart thank you bye bye bye